Das Körpergewicht wird beim Radfahren nicht von den Fußgelenken getragen, wie beim Gehen, deshalb kann auf die Dämpfungsfunktion des Fußes verzichtet werden. Beim Radfahren ermüdet der Fuß durch das Absinken des Fußgewölbes und die direkte Kraft auf das Pedal wird vermindert. Eine übermäßige Bewegung des Fußes im Radschuh kann zu Nerven und Gefäßeinengungen führen, die sich in Kribbeln oder Taubheitsgefühlen äußern. Entsprechend der unterschiedlichen Fußtypen und der speziellen Anforderungen beim Radfahren haben wir Einlegesohlen entwickelt, die für eine direkte Kraftverteilung sorgen. Den Fußtyp bestimmt man, indem man sich ohne Schuhe in aufrechter Position auf der Footdisk positioniert und 10 bis 15 Sekunden wartet. Anhand des Fußabdrucks wird der Fußtyp bestimmt. Anschließend muss die Beinachse ermittelt werden. Dazu positioniert man sich aufrecht, nimmt die Füße zusammen, sodass sich die Fersen berühren. Anhand des Abstands zwischen den Knien können die Beinachsen definiert werden. Die Kombination aus Fußtyp und Beinachse ergeben die passende Einlegesohle. Die Esculapsohlen können durch Zuschneiden angepasst werden. Für den gesunden Fuß ist es wichtig, die richtige Unterstützung für das Radfahren zu bieten, um die jeweiligen Schwachpunkte des Fußes zu unterstützen. Esculap Einlegesohlen eignen sich für alle Einsatzbereiche und werden von unseren Profis im Rennsport eingesetzt. Aber auch der Alltagsradfahrer freut sich über den höheren Komfort und schont seine Knie mit diesem simplen, aber wirkungsvollen Produkt.